Die Entwicklung von Betriebssystemen und deren Versionen geht immer weiter und immer schneller voran. Besonders bei den Benutzeroberflächen wie zum Beispiel KDE Plasma oder eben auch GNOME kann es gar nicht schnell genug gehen, immer weiter und höher in die neueste Version zu gehen. Es gibt aber auch einige Betriebssysteme, besonders im Enterprise-Bereich, die ziehen da ziemlich stark die Bremse und setzen eher auf Sicherheit und Stabilität. Eins dieser Betriebssysteme ist ALMA Linux und ALMA Linux ist ein 1 zu 1 binärkompatibles System zu Red Hat Enterprise Linux. Ein ziemlich alter Kernel, eine alte GNOME-Version, aber dafür wirklich rock solid, wie man so schön sagt. Und dieses Betriebssystem ALMA Linux, das installieren wir heute mal und schauen wir an, was da so alles mit dabei ist. Also schnappt den Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir ALMA Linux. ALMA Linux ist ein 1 zu 1 binärkompatibles System zu Red Hat Linux Enterprise. Das bedeutet im Prinzip, es wird von der Community quasi gepflegt und gewartet und auch erstellt und ist quasi ein kompletter Klon zu Red Hat Linux Enterprise. Und binärkompatibel bedeutet, eine Software, die für Red Hat Linux Enterprise im Prinzip kompiliert wurde, kann quasi ohne nochmal kompiliert zu werden, direkt in ALMA Linux auch ausgeführt werden. Gut, um ALMA Linux installieren zu können, klicken wir hier einmal auf Download und dann werden wir hier gefragt, welche Architektur wir haben. Ich sage x86-64 und dann die neueste Version ist die 8.6. Jetzt gibt es hier eine Reihe von Mirrors, also Spiegelserver, wo wir hier irgendwas herunterladen können. Und wenn ich mir dann jetzt hier einen auswähle, dann haben wir hier diverse ISOs angeboten. Welche ISO jetzt nun was macht, das können wir ebenfalls herausfinden. Dazu gehe ich nochmal zurück auf die Startseite von ALMA Linux und klicke hier oben mal ins Wiki rein. Und das ist ein ziemlich schönes Wiki, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr schön übersichtlich und sehr gut erklärt alles. Selbstverständlich nur auf Englisch. Und dann gehe ich hier einfach auf die Release Notes, gehe auf die neueste Version, das ist die 8.6. Und wenn ich hier etwas durchscrolle, dann komme ich hier in die Installationsanweisungen. Und hier wird dann auch nochmal kurz erklärt, was die einzelnen ISOs denn so machen. Da gibt es zum Beispiel die mit dem Fleck Boot. Dies ist quasi die kleinste ISO. Damit kann ich dann alle Sachen direkt aus dem Internet herunterladen. Dann gibt es eine Minimal-ISO, die enthält ja so ziemlich viele Pakete schon, aber nicht alle. Sodass man trotzdem ALMA Linux hier schon offline auch installieren kann, also ohne Internetverbindung. Und dann gibt es noch die DVD, die Full-DVD. Und ja, die enthält quasi alle ALMA Linux Pakete. Und hier wird dann auch nochmal empfohlen, sich die ISOs, die ein oder andere ISO dann doch über das Torrent-Netzwerk herunterzuladen. Und auch das kann ich auch immer wieder empfehlen, gerade bei Open-Source-Projekten macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn. Da so nur die Spiegel-Server auch entsprechend entlastet werden. Wenn man diesen Torrent dann aufmacht, dann, ich gehe jetzt hier einfach mal rüber auf einen anderen Bildschirm. Wenn man das Ganze so aufmacht, dann werden hier alle ISOs angeboten, dass ich die alle herunterladen kann. Das möchte ich aber nicht, sondern ich möchte ja nur eine herunterladen. Und zwar die Boot-ISO. Ich nehme heute mal die Boot-ISO. Das heißt, wir installieren alles dann direkt gleich aus dem Internet. Dann haben wir auch gleich ein aktuelles System. Deswegen klicke ich hier einmal drauf. Einmal auf Öffnen. Und dann heißt es einfach abwarten, bis der Download rüber ist. Und der Download ist auch schon fertig. Das hat bei mir ja quasi auch nur knapp eine Minute, anderthalb Minuten gedauert. Und ja, dann können wir doch im Prinzip einfach mal anfangen und die virtuelle Maschine hier öffnen und das Ganze mal zu installieren. So, dann einmal auf das Plus, lokale Installation. Dann wählen wir hier entsprechend das System aus. Jetzt hat er sich hier irgendwie davor geschmuggelt. Nicht so schlimm. Downloads. Und dann haben wir hier Alma Linux. Und hier haben wir die ISO. Dann einmal auswählen. So, Alma Linux 8 wurde auch schon erkannt. Das ist sehr schön. Hier haben wir dann auch die empfohlenen RAM-Speicher und die empfohlenen CPU. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es vorgeschlagen ist. Nehme hier aber 50 GB an Festplattenspeicher. Ich denke mal, das ist ganz gut. Und hier mache ich noch 8.6 draus. Einfach, dass wir das auch noch mal wissen. So, das Netzwerk ist die Netzwerkbrücke. Dann einmal auf Fertig. Und ja, dann möchte ich eine UEFI-Installation haben. Dann haben wir hier das Startmenü mit der CD-ROM. Und ich habe hier Virtual-IO-Treiber. Es sieht alles super gut aus. Und dann würde ich sagen, können die Installationen einfach beginnen. So, hier bietet er mir schon standardgemäß an, Test des Media. Und dann Install Alma Linux. Ich gehe jetzt hier direkt auf Install Alma Linux. Und schon sind wir auch drin in der Installationsroutine. Und standardgemäß, ähnlich wie bei Fedora oder bei Euro Linux oder auch anderen Red Hat Linux-Systemen, läuft die Installation über Anaconda. So heißt dieses Software, dieser Installer, nennt sich Anaconda. So, hier wähle ich jetzt erstmal Deutsch aus. Gehe auf Weiter. So, als nächstes sind wir hier auf diesem Bildschirm und müssen jetzt hier im Prinzip diese roten Meldungen irgendwie wegbekommen. Und hier steht zum Beispiel Installationsquelle einrichten. Doch bevor wir hier eine Installationsquelle einrichten können, müssen wir erstmal das Netzwerk aktivieren. Denn Internet ist standardgemäß erstmal ausgeschalten. So, hier erfolgt jetzt der Verbindungsaufbau. Und da ich ja mit meiner Netzwerkbrücke verbunden bin, geht das hier quasi recht einfach. Hier brauche ich auch gar nicht allzu viel machen. Hier unten kann ich dann den Host-Namen angeben. Localhost.localdomain. Das lasse ich jetzt so, wie es ist. Das ist in Ordnung für mich. Ich klicke auf Fertig. Und hier ist jetzt die Meldung auch weggegangen. Das heißt, hier bei den Spiegelservern, da wählt er dann einfach den in der Nähe aus, automatisch. So, dass ich hier auch nichts manuell irgendwie eintragen muss. Gut. Als nächstes, hier oben auf Installationsziel. Hier muss ich dann entsprechend diejenige Festplatte auswählen, wo ich Alma Linux hin installieren möchte. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Fedora. Gut. Und da ich hier aber nichts weiter ändern möchte, lasse ich alles so, wie es ist. Gucke, dass hier der Haken drin ist und klicke einfach auf Fertig. Damit ist die automatische Partitionierung ausgewählt. So, jetzt kommen wir noch hier zur Softwareauswahl. Und hier kann ich mich jetzt quasi einmal komplett durcharbeiten, was ich denn so haben möchte. Möchte ich einen Server mit Benutzeroberfläche haben, nur ein einfacher Server quasi. Möchte ich eine Minimalinstallation, einen Arbeitsplatz haben, quasi einen Workstation, Virtualisierungshost oder benutzerdefiniertes Betriebssystem. Ich klicke einfach mal hier drauf, weil mich das gerade ein bisschen interessiert. Und okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach auf Arbeitsplatz. Weil ich glaube, das kommt dem Nutzen, den man so hat als einzelne Person, dann doch am nächsten, möchte ich halt eine Reihe von verschiedenen Gnom-Anwendungen haben. Und Backup-Client brauche ich jetzt nicht. Internetanwendung ist ganz gut. Eine Bürosuite möchte ich haben. Ansonsten Containerverwaltung brauche ich jetzt hier alles nicht. .NET nicht. Ja, hier kann ich dann auch die Entwicklungsumgebungen wie .NET und so weiter alles mit aktivieren gleich. Grafische Administrationstools, auch das machen wir einfach mal. Netzwerkserver möchte ich haben. Die Entwicklungswerkzeuge für RPM, für das Paketsystem kann ich hier noch aktivieren. Gibt es noch die Unterstützung für Wissenschaft, also gibt es dann noch spezielle Tools für Mathematik und Physik und so weiter. Ja, Sicherheitstools und Systemwerkzeuge. Ich mache jetzt das auch einfach mal an. Ganz einfach, weil ich ein bisschen neugierig bin. So, das genügt mir. Ich drücke jetzt hier auf Fertig. Jetzt muss ich hier noch ein Root-Passwort vergeben. Dann nehme ich natürlich ein schweres und kompliziertes Passwort. So, hier steht auch unten, das Passwort ist zu kurz. Klicke Fertig zweimal, um es zu bestätigen. Also, ja und nochmal und damit ist das Ganze bestätigt. Jetzt kann ich hier noch einen Benutzer anlegen. Das mache ich auch. Der vollständige Name ist Typ. So, das ist mein Benutzername. Der soll auch Administrator sein. Und dann geben wir noch ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. So, bei Erweiterung kann ich dann hier noch Gruppen entsprechend hinzufügen, wie zum Beispiel die Wheel Group. Die ist aber quasi schon hinzugefügt, automatisch. Und ich klicke wieder zweimal auf Fertig. Gut, damit sind wir im Prinzip durch. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Hier kann man noch diverse Sicherheitsrichtlinien oder Sicherheitsrichtlinienprofile entsprechend auswählen. Das ist aber tatsächlich nur wichtig, wenn man Alma Linux als Workstation System in ein bestehendes Enterprise System einbettet. Deswegen brauchen wir das eigentlich nicht und werde hier einfach auf Fertig klicken und dann die Installation starten. Und wenn die Installation durch ist, dann einfach auf System neu starten. So, und hier sind wir im Boot-Menü. Sieht nicht aus wie Grub, sondern könnte der Linux Loader sein. Und ja, SkyTiger ist dann quasi die Bezeichnung. Und ich bin mal gespannt, dass so wie es aussieht, ist ein ziemlich alter Kerne installiert worden, nämlich die 4.18. Schauen wir mal. So, hier sind wir nochmal in Anaconda. Und hier müssen wir erstmal die Lizenz akzeptieren. Das ist die GNU Public License Version 2. Das akzeptieren wir. Und dann einmal Fertig und Konfiguration abschließen. Sehr gut. Hier sind wir beim Anmeldebildschirm. Und dann melden wir uns an mit dem Benutzertyp. Und et voilà. Schon sind wir hier auf dem wunderschönen Bildschirm, auf dem Startbildschirm. Und hier haben wir dann so ein Willkommens-Screen, eine Willkommenseinleitung. Das gehen wir mal schnell durch. Deutsch ist in Ordnung. Ich nehme hier die normale deutsche Tastatur. Ordnungsdienste schalten wir einmal aus. Online-Konten möchte ich jetzt hier nicht anmelden. Und damit können wir einmal Linux starten. Und hier haben wir dann auch nochmal die ersten Schritte. Das kommt allerdings direkt von GNOME. Das heißt, wenn man GNOME installiert hat, dann kommt man immer zu diesem, ja, Erste-Schritte-Bildschirm, auch dieser Ersteinrichtung. Sehr gut. Dann als allererstes möchte ich mal die Auflösung nochmal ein bisschen anpassen. Mal schauen. Okay, Anzeige und Display macht er nicht. Aber vielleicht können wir unter Einstellungen was finden. Ja, Einstellungen. Dann Geräte-Auflösung. Er hat die 1280x800 Auflösung standardgemäß. Ist auch sehr selten. Aber interessant. So, wir machen hier Full HD. Einmal anwenden und beibehalten. Und so sieht das Ganze dann auch schon sehr schön aus. So, anhand dieser halb abgerundeten Ecken stelle ich fest, dass es dann doch nicht das aktuelle GNOME 42 ist. Nehme ich mal an. Wir können doch nochmal in die Einstellungen rein. Und hier zurück ganz runter auf Details und Info. Und dann schauen wir mal, ob wir hier dazu was finden. Ja, hier, GNOME Version 3.32. Also es ist tatsächlich noch die Vorgängerversion. Also noch vor 40 sogar. Finde ich sehr interessant. Zumal Alma Linux 8.6 tatsächlich die neueste Version aktuell ist. So, dann werde ich jetzt hier einfach mal ein Terminal aufmachen. Und dann schauen wir mal, ob wir mal die Kerne-Version herausfinden können. Genau. Und da haben wir hier 4.18. Wir können auch nochmal R machen. Einfach nur das Release quasi. Und ja, das ist ein ziemlich alter Kerne, muss ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, wie denn der aktuelle Stand auf Kerne.org so ist. So, Kerne.org. So, was hatten wir? 4.18. Und wir sind hier unten an dieser Stelle. Also es ist noch nicht der älteste Kerne. Aber ja, da gibt es schon einige, die deutlich neuer sind. Aktuell, der aktuellste ist 5.17.7. Allerdings lässt sich das ziemlich leicht erklären, warum der Kerne eben ein alter Kerne ist. Nämlich Alma Linux ist ja ein Enterprise-System. Also es ist wichtig oder höchste Priorität hat Sicherheit und Stabilität. Das hat die höchste Priorität und deswegen bleibt man eben bei dieser etwas älteren Software und hat dann entsprechend aber ein wirklich sehr, sehr stabiles System. Hier gibt es auch SE Linux Fehlersuche. SE ist im Prinzip dieser Layer, dieser Sicherheitslayer. Und falls da irgendwas ist, kann man hier im Prinzip Warnungen und Fehler dann entsprechend sich anzeigen lassen, die mit der Sicherheit oder mit der Sicherheit von Alma Linux zusammenhängen. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier so installiert haben. Boxen haben wir installiert. Das ist quasi eine virtuelle Maschine. Quasi kann man hier erstellen. Ist natürlich jetzt hier für mich nicht sinnvoll, weil ich ja eine virtuelle Maschine in der virtuellen Maschine nicht erstellen kann. So, wir haben ein Brennprogramm Brasero und die Webcam-Anwendung Cheese. Dann ein einfacher Dateimanager. Alles natürlich noch in diesem komischen alten Ocker-Braun. So, hier haben wir dann die Version 3.28 Stable. Also doch schon ziemlich alt, aber eben unglaublich stabil. So, was haben wir noch? Die Einstellung hatten wir schon. Evolution E-Mail. Damit hat Alma Linux Fedora auf jeden Fall eines voraus. Denn Fedora kommt traditionell ohne einen E-Mail-Client, ganz zum Frust der Fedora-Nutzer jedes Mal, dass da kein E-Mail-Client mitgeliefert wird. So, Firefox als Standard-Browser. Wir können mal ganz fix auch schauen, welche Version. Und da haben wir Version 91.9. Das ist die Extended-Support-Release, also ebenfalls eine stabile Long-Term-Support-Release quasi. So, was haben wir noch? Dann ein Hex-Chat. Das kann durchaus wichtig sein. Hier ein paar Standard-Gnom-Anwendungen. Dann LibreOffice ist hier mit von der Partie. Das ist schon mal sehr gut. Ich werde jetzt hier einfach mal öffnen, einfach um zu schauen, welche Version wir hier haben. Das ist die Version 6.4. Ja, gut, steht hier oben auch nochmal. Ja, 6.4. Also auch hier hat man dann lieber eine ältere Version genommen, anstatt die neueste, die dann möglicherweise etwas instabil ist. So, hier gibt es ein Software-Center. Gnome-Software gehen wir einkaufen und ja, so wie es aussieht, ist das System aktuell. Klar, wir haben direkt aus den Repositories installiert. Deswegen dürfte jetzt hier wirklich alles aktuell sein und nichts mehr zu aktualisieren geben. So, hier werden bei installiert dann sämtliche Programme aufgelistet, die man eben hier so hat. Und ja, hier können wir dann in Kategorien dann entsprechend nachschauen, was wir dann alles so noch nachinstallieren möchten. Da werden in der Regel gar nicht so viele Sachen angezeigt. Ich glaube, man kann hier noch ein paar Einstellungen machen bei Softwarequellen. So, hier gibt es nämlich die Basis und dann AppStream, dann ein paar Extras und dann gibt es hier nämlich noch High Availability, Plus, Power Tools, Realtime und noch vieles, vieles mehr. Die Gnome Shell Extension Repository, das ist aktiviert, das ist schon mal gut. Linux Vendor Firmware Service ist deaktiviert, aber auch das ist verfügbar. Und rein theoretisch bin ich der Meinung, gesehen zu haben, dass auch Flatpacks aktiv sind, dass man hier auch Flatpacks installieren kann. Das werden wir aber gleich noch ausprobieren. So, ein normaler Texteditor, ein VNC, ja, Remote-Betrachter ist mit drin. Gnome Videos ist auch mit drin im Dark Mode. So, und das war es im Prinzip. Mehr gibt es nicht. Mehr ist nicht installiert. Wenn ich jetzt hier nochmal einfach Flatpack und dann zum Beispiel Update und dann sagt er, looking for updates, nothing to do. Das heißt, Flatpacks oder Flatpack selber ist installiert, aber möglicherweise noch nicht richtig eingerichtet. Das heißt, möglicherweise kann ich nichts installieren. Zumindest nicht einfach so hier über die Konsole. Flatpack installiert, zum Beispiel Spotify. Genau, da sagt er, nichts gefunden. Er hat keinen Remote-Server gefunden. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Dann gehen wir einfach mal direkt auf flathub.org und dann können wir bei Quick Setup einfach nochmal schauen, was wir noch tun müssen, um das richtig einzurichten. So, hier haben wir unser Symbol. Das ist das Symbol für Alma Linux und Flatpack ist installiert bei Default. Das ist schon mal gut. Und man muss Flatpack aktivieren und zwar, indem man eben diese Flatpack-Repository-Datei installiert, herunterlädt und installiert. So, dann machen wir das mal. Einmal draufklicken und dann mit Software-Installation einfach auf OK installieren. So, jetzt öffnet sich quasi das Download-Center. Dann gehe ich hier auf Installieren. Dann möchte er einmal das Passwort haben und dann ist das im Prinzip aktiviert. Sehr gut. Und dann können wir nochmal schauen, ob man das hier noch zusätzlich aktivieren muss oder entsprechend in den Softwarequellen nochmal entsprechend aktivieren muss. Können wir einfach nochmal reinschauen. Und manchmal kann man das nämlich dann hier direkt bei den Softwarequellen auch nochmal separat an- und ausschalten. Jawohl, hier FlatHub ist jetzt hier mit drin. Das war eben noch nicht mit drin. Und es ist auch schon aktiviert. Das heißt, wir brauchen es nicht nochmal aktiviert. Können direkt auf Erkunden gehen. Und möglicherweise muss das System einfach nochmal neu gestartet werden. Da er jetzt hier noch nicht die Sachen findet, dann machen wir das einfach mal. Ich gehe einfach mal auf System neu starten. Das ist immer eine ganz gute Geschichte. Wenn irgendwas nach der Einrichtung noch nicht so hundertprozentig funktioniert, wie man es erwartet. Einfach mal nach der Einstellung das System entsprechend neu starten. Und dann funktioniert das in der Regel auch. So, einmal angemeldet. Und dann können wir hier nochmal das Softwarecenter öffnen. Jetzt wird der Softwarekatalog auch nochmal neu heruntergeladen. Je nach Internetgeschwindigkeit, RAM-Speicher oder auch Prozessor kann das ein paar Minuten dauern. Und schon ist das Ganze soweit geladen. Und jetzt sehen wir auch, dass das Softwarecenter ganz anders aussieht als eben noch. Ja, wir haben jetzt hier diese Vorschaubilder hier oben. Diese Banner haben wir jetzt hier. Und wir haben hier auch die Veröffentlichungen, empfohlene Spiele und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt nochmal Spotify hier suche, müsste ich es finden. Jawohl, hier haben wir es. Ja, und hier unten sehen wir auch, dann wird das direkt aus dem FlatHub geladen. Ja, und ja, so kann man das Ganze dann entsprechend aktivieren. Ist natürlich für Anfänger jetzt nicht sonderlich intuitiv. Aber wenn du schon ein bisschen Erfahrung mit Linux hast, dann wirst du sicher wissen, okay, da muss man halt diese einen oder anderen kleinen Handgriffe noch durchführen. Ich nehme mal an, das hat auch ein bisschen Sicherheits- und Lizenzrechtliche Sachen. Gut, so, dann hätten wir das im Prinzip aktiviert. Und ja, damit ist im Prinzip das Alma-Linux quasi ein komplett fertiges, betriebsbereites System. So, dann schauen wir doch mal, wie wir Sachen aktualisieren können. Die erste Möglichkeit, Software zu aktualisieren, ist natürlich direkt über das Software Center. Einfach auf Aktualisierung gehen, dann hier oben auf diesen kleinen Kringel. Dann werden nach Aktualisierung gesucht und entsprechend auch aufgelistet. Und dann kann ich einfach auf Aktualisieren gehen. Es sollte im Prinzip alles schon aktualisiert sein. Wir haben ja aus dem Internet alles heruntergeladen. Schon die Installation war ja eine Online-Installation. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze im Terminal durchzuführen. Und mit sudo und dann yum-update. Und dann einmal das Passwort rein. Und ja, damit werden dann auch die ganzen Repositories einmal durchsucht und abgeglichen. Und so wie es aussieht, ist nichts weiter zu tun. Die Pakete sind alle up-to-date. Auch Upgrade kann ich hier dann entsprechend durchführen. Und bei dem Upgrade ist es tatsächlich auch so, dass dann System-Upgrades dann durchgeführt werden. Das heißt, von einer Version zur nächsten. Wie zum Beispiel, wenn jetzt in einem halben Jahr die Version 8.7 rauskommt. Die Version 8.7. Dann kann ich mittels Upgrade entsprechend auf die Version 8.7 eben aktualisieren. Wenn du allerdings von Fedora kommst und sagst, hey, ich möchte mal Alma Linux nutzen, weil es viel stabiler ist und du bist noch an den ganzen Fedora-Befehlen gewöhnt, ist das überhaupt kein Problem. Denn dnf funktioniert ebenfalls einfach sudo dnf zum Beispiel update und das funktioniert ganz genauso gut wie yum. Nun kann es aber passieren, dass du etwas installieren möchtest und das funktioniert nicht. Dieses Programm gibt es zum Beispiel nicht. Wir nehmen mal als Beispiel sudo, ich nehme jetzt einfach dnf install neo-fetch. So, dadurch sucht er die Repositories und neo-fetch konnte nicht gefunden werden. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich kann mal schauen, ob htop zum Beispiel mit drin ist. htop ist ebenfalls nicht mit drin. Und auch das ist sehr, sehr schade. Und das liegt daran, dass hier noch eine Kleinigkeit noch nachbearbeitet werden muss. Nämlich, es gibt ja diese extra Repositories, die man dann von Enterprise Linux noch hinzufügen kann. Bereits in meinem allerersten Video zu Euro Linux, dort habe ich auch schon mal gezeigt, wie man epil und l-repo hinzufügen kann. Aber natürlich zeige ich das jetzt hier auch nochmal. So, im Prinzip muss man einfach das extra Repository epil von Fedora einfach hinzufügen. mittels sudo dnf install und dann epil-release. So, das sollte funktionieren. Dann einmal ja. Und ist das Ganze in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Und dann wird das epil heruntergeladen, also das extra Package for Enterprise Linux heißt das. Und dann gibt es noch ein, ja, ein zweites Repository. Das nennt sich el-repo. Also el-repo sage ich dazu immer. Und das können wir ebenfalls installieren. Einfach el-repo-release. Das können wir auch noch installieren. Das sind dann quasi nochmal zusätzlich extra Packages, nochmal extra Repositories für Enterprise Linux, also für Alma Linux, Fedora, für Red Hat Linux Enterprise und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich mit sudo dnf update nochmal die Repository-Listen einmal komplett durchgehen. So, jetzt möchte er das Ganze hier auch nochmal aktualisieren. Ich sage einmal ja. Und ja. Und ja. Und das war's im Prinzip. Und jetzt kann ich im Prinzip, ich gehe jetzt hier einfach nochmal hoch, zum Beispiel htop installieren. Jawohl, das möchte ich. Und dann wird htop installiert, beziehungsweise dann auch Neo-Fetch. Einmal hier, einmal ja. Und dann werden alle Abhängigkeiten geladen. Und schon wird Neo-Fetch ebenfalls installiert. Und mit htop können wir dann mal schauen, wie denn so der Systemverbrauch ist. htop. So, hier sehen wir dann bei dieser Linie den RAM-Speicher-Verbrauch. Und da sind wir hier bei 709 MB. Und das ist wirklich absolut top. Kann man nicht anders sagen. Also es ist wirklich unglaublich sparsam, gerade für einen GNOME. GNOME ist ja insgesamt doch sehr ressourcenhungrig. Und da wir hier weit unter einem Gigabyte an Verbrauch sind, kann ich wirklich sagen, also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Verbrauch. Kann natürlich auch sein, dass das Betriebssystem mehr Ressourcen für sich zur Verfügung stellt. Wenn du mehr RAM-Speicher eingebaut hast, wenn du jetzt zum Beispiel 8 GB oder 16 GB RAM-Speicher drin hast, dass dann auch entsprechend mehr RAM verbraucht wird. Das kann natürlich auch sein. Grundsätzlich finde ich das aber super, weil ich habe hier auch gar keine Einschränkung bei der Nutzung. Es funktioniert alles wunderbar fließend. So, dann einmal F10 gedrückt. Ob das funktioniert? Das funktioniert natürlich nicht. Also mache ich einfach Doppelklick unten auf F10, dann geht das auch. Ja, und das war mein kleiner Ausflug in Alma Linux. Um einfach mal zu schauen, was ist Alma Linux? Was ist das Besondere bei Alma Linux? Die Besonderheit bei Alma Linux ist eben die Stabilität und die Sicherheit während der Laufzeit des Betriebssystems. Ja, wir haben ein etwas älteres, aber sehr, sehr stabiles GNOME 3.32 installiert und der LTS-Kernel 4.18, also doch ein ziemlich sehr, sehr alter Kernel. Aber man kann so sicher sein, dass dieses Betriebssystem zu 100% läuft und zwar stabil läuft. Für wen ist denn Alma Linux dann geeignet? Ist das fast für Anfänger? Ich würde sagen, nein. Alma Linux ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Ich würde eher sagen, für Entwickler oder auch für Leute, die einfach schon ein kleines bisschen Erfahrung im Enterprise-Bereich haben, die zum Beispiel Serverwartungen machen, die Sicherheitswartungen machen für Serversysteme oder Virtualisierung und dafür einfach ein System brauchen, das wirklich enorm stabil ist. Nichtsdestotrotz ein super System mit einer tollen Dokumentation, sehr, sehr umfangreichen Dokumentation und einem Wiki kann ich wirklich sehr ans Herz legen, wer auch Linux mal lernen und kennenlernen möchte. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.